Goro? Goro? Tja, sie macht's hier. Tau Tau, Kundran, Chuli, Early Boy, Nefias, Chigo, Goro Bay, Dalukat, Lobius, Fisk, Dagi Dac, Maxi, Oster und mir. Sie hat mich zuerst genannt. Sie hat einen Goro zuerst genannt. Doch Goro und herzlich willkommen, hat sie gesagt. Goro und herzlich willkommen. 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 Was ist denn das für eine Map? Teen Room? Teen Room. Erstmal den Apple da kaputt machen. Nefi Sniper da rum. Du bist ja auch noch intim, Dagi. Nefi hat uns ja gefallen. Wir sind intim. Ich hab Nefi jetzt getötet. Warum? MacFly. Mac. Mac. Oh. Ich shoppe jetzt mal. Ja siehst du, weiß ich doch. Nehmen sich alle so. MacFly? MacFly? Du bist hier doch mit einer Sniper. Wo geht's hin? Du bist genauso hier mit einer Sniper. Ich bin nebenher gerannt. Seid oben. Jajajajaja. Siehst du, hätt's genauso gut sein können. So wie hast du was war das? Dorn und ich sind verdächtig. Oh Gott. Wir haben das Dorn oder? Ganz normal das Dorn. Ah Dorn! Ich hab kein Bock auf Zeug. Ah! Hör doch auf ey! Nicht so. Hab euch beide die ganze Zeit beobachtet. Oh mein Dorn. Boah Alter, alles hat er dabei ey. Oh mein Dorn. One day. One day. One day more. One day be real be real. Ah Brian. Wupp. Erli. Erli guck mal. Hey Junior. Ja? Ach guck mal. Was schockt denn da Kapuze? Das gibt die, das gibt die Taube ey. Was macht denn Erli alter? Das hat er umgebracht. Auf wen hast du geschossen? Es ist Kundran Leute, der hat grad die Shopping Queen gemacht. Echt? Erli, auf wen hast du geschossen? Aber ich stell den schon mal auf so Speck. Erli? Sollte die auch. Detective Tautau, es ist Kundran. Confirm sie bitte. Ja, ich besteck in den Scheißleaf da. Besteckt in der Taube. Lass mal einen vernünftigen Detective hier an. Wer ist es nochmal? Es ist Kundran. Wenn er es nicht ist Goro, dann? Dann? Dann ist es Shigo. Ja, und was kriege ich dann? Das Karma zahlt mir doch niemand wieder. Doch, mach. Gebe ich dir zurück, wenn ich den Traitor bin. Ach hat er hier die Taube von... Hey Shigo! Shigo, Shigo, Shigo! Mein Gott, diese Waffe schießt auch nicht, ne? Der Wahnsinn. Wo ist Shigo, Leute? Wo ist Shigo, Leute? Ganz schön still geworden. Wenn ihr auch gekannt habt, der dumme Scheiß-Bose. Ein Goro tot ist ein Rediger-Kerb. Ich komm in den Goro. Ein Goro tot ist tot. Oh, was hast du denn, Alter? Mist, dann ist das. Kaputa! Ha! Ich hab's mir den O-Wig folgen. Irgendwer ist runtergefallen, ja. Hat schon wieder jemand gesch... Ich hab manchmal diese Bugs mit der Pumpgun, dass ich einen Schuss beim... Da geht, da geht, da! Da geht, da geht, da! Da ist wieder jemand runtergefallen. Ja, Early. Der sagt, Dagi, Dagi, ich will den hochhelfen, ey. Wo ist denn der O-Wig-Flung? Der ist direkt hier vor dieser Schräge runtergefallen. Die ganz oben. Hat schon wieder, ja, geschossen. Irgendeiner snipet. Aber kann mich nicht sehen. Der nimmt jetzt eigentlich noch was zurückgeworden. Ich sterb gleich. Ja! Da oben, der Dagi, ist es wirklich! Ach, papplapapp. Bist du der Letzte? Ach, das ist unfair. Ja, ich bin doch... Ich hab doch kein Ziel, Wasser. Naja, ich weiß nicht, wie man mit der Wache schießt. Ohhhh. Abdrücken. Oh! Oh! Scheiße! Ich hab die am Anfang alle weggesnipert, McFly. Mann! Mann! Aber keine Ahnung, will McFly runterschliessen. Der denkt sich, fuck, er ist weitergegangen. Ja. Und fliegen einfach Paar einfach mal runter. Nefi hat geschossen auf einmal. Okay, dann kann ich den zuerst haben. Der ist eh schon verdächtig. Ich hab Shigo zurückgeguckt, wie sie die Taube werfen wollte. Das war super, weil sie hochgeflogen bin. Diese Kack... Ja, diese Kack-Kante da, ey. Die hat Kack-Aufzug... Wofür ich die Taube bin, weißt du? Ich komm noch nicht hoch, aber die Kack-Taube. Ey, das war Schigo. Unfassbar! Total sicher, so... Oh, da sind zwei Kills nehm ich mit, oder? Ja! Das war eigentlich nett! Oh! Die Taube ist dick! Ich hab's eingestellt. Ich hab's eingestellt, dass er ein Traitor ist. Damit ich ihn jetzt einfach abschießen kann. Dann wär's mir nicht mehr im Leben, wenn ich's gewonnen wäre. Okay. Habt ihr das gehört? Lobius? Weil ihr es beide geworden seid. Hallo Eton! Wo? 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 Oh, nein! Das war Early übrigens, ne? Fast, ey! Das war Early übrigens, der zwei Leute random rumgebracht hat. Oh, Mann! Wieso? Ups. Vielleicht ist das ja nicht, Random. Da hab ich ja erst tot. Nee, es war Random, weil der hat sich selber getötet danach. Ja. HASS I GAR NICHT! Wer hat sich da denn von euch Boys wieder gekiehlt? Early Bob. Random Bob. Er hat aber Bitches gesagt, das fand ich schon nett. Er hat Bitches gesagt. Das fand ich schon nett. Lied gehört. Welches? Mit dreimal B? Ja, dreimal B. Ja, das ist ein gutes Lied, ey. Camperino oder was ist das? Was? Gut gemacht, Early, ey. Der Disco Bob. Der Disco Bob. Ich werd angesliperrt Hilfe. Guck doch mal schnell von wo! Ich glaub am Fernseher. Julie hat disniper. Ja, ich weiß doch gar nicht, wie die funktioniert. Ich glaub am Fernseher. Ich glaub es ist Dalu. Ich hab Magdaille getötet. Ohhhh! Julie da bin! Ja, ich schieß ja auch immer so rum. Ich bin lustig. Einmal, ja. Hm. Detective oder? Ja. Ja, siehste. Ich kanns gar nicht gewesen sein. Klar, wenn du nicht nachlegst. Natürlich kannst du es nicht. Nö. Erlebt mich. Was ist das Julie? Die wurde so lange geschossen. Immer auf mich. In der Mitte kommt sie runter am Rand. Ah ne. Leute, ich möchte lösen. Also 2 von 3. Judy Wurstel und Tautau. Was? Nein. Ohhhh! Judy Wurstel und Tautau von Tobias! Den Boy habe ich auch. Benchcrib! Ohhhh! McFly ist Tautau. McFly hat keinen Bock auf den Scheißen. Über diese random Kills. Tautau hast du vielleicht auf den Dalu geboren. Wow! Warte mal. Ah, ich wurde beschossen! Wer schießt da von oben? Hat er nicht? Hat er nicht? Hat er nicht? Hat er Tautau gesagt oder nicht? Hat er nicht? Irgendwer hat von oben geschossen. Boze, ich bin hinter dir. Ja. Bies mit der Golden Gun auf mich bitte. Wer ist da oben? Ich mach das nicht. Ich mach das nicht. Das macht einer von euch. Da Kodra, du! Kodra, du! Kodra, wo oben? Ja, weil ich nicht schaue. Mit der Golden Gun. Mit der Golden Gun. Mit der Golden. Ey, lauf mir nicht im Gesicht rum. Hey! Die Golden Gun wechseln. Ey! Kodra, wend를 anwechseln. Er wechselt nicht. Kodra! Kodra, Golden Gun wechseln, sonst sofort Exekution! What the fuck! Und ich gehe nochmal lieber hin. Schieß mit der Golden Gun auf den Tautau sofort! Ey! Die Golden Gun ist es! Gut dann ist es! Eine kundenein hatte Dalu nicht gesagt! Was ging da gerade ab? Er hat gerade die Tautau? Oh, er ist da runtergefallen. Ah, ok! Shit! Ist schick zuieran was. Hat er nicht gut gemacht? Wer liegt da unten? Ey, Julia! Da unten liegt. Ja, ich wurde beschossen vorhin, gell, ich war es auch. Wow, wer hat hier geschossen, Chigo? Irgendwer hat hier gerade geschossen. Nein! Gell? Warum hört ihr nicht auf mich? Ja, ich habe einen Kollateralschaden und sonst nur Trailer genannt. Das ist Lobius, was? Ich hatte Lust zu. Sag mal kurz ruhig, Lobius, warum hast du mich wiederbelebt? Ich hatte Lust zu, wie schon gesagt. Weißt du, ich stand da, er hat mir noch eine Waffe gehabt und denkt mir, okay, vielleicht hat der Deti im Defi gegeben. Dann hab ich dich abgekleilt. Der hat mich schon am Anfang runtergeschmissen, ne? Wer hat die scheiß Disco da oben geworfen? Du! Nein! Natürlich hast du die Disco geworfen. Die erste, das hab ich geworfen. Wie zwei Leute getötet hat. Maxi hat extra ein Rage-Quick auf deinen Wegen. Nicht töten! Ach, auf jeder Map ist ein Coffee Cut? Was ist das da, meine Freunde? Ah ja, fünf Credits. Wo ist der? Nee, der kriegt keine Credits. Oh Gott, da drückt was an der Wand. Ah, das ist eine Heilige! Da! Da! Ja! Was geht hier ab? Was geht hier ab? Ist das ne Jalla? Brutige Jalla? Da hat doch einer gejallert, oder? Nein, ich hab gelegt, ich hab ne echte Jalla gerade gehört. ich sterbe auch mein wer ist es ich will noch jemand mit mir nehmen in den tod Hey stop, 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 stop! Mehr jetzt? Was? Du hast auf mich geschossen! Wir springen hier runter! Hier, ich hab Grant gekillt, der hat nämlich eben den umgebracht! Confirm a Grant! Alter, was geht doch um? Konfirm jemand Grant! Mann, Aua! Ich flieg nochmal! Kann niemand fest! Ich habe zwei fucking Tracer gekillt! Random! Nein! Ich habe zwei Tracer gekillt, ich bin mehr als safe! Ich hab drei Tracer gekillt! Komm her Bitch, komm her Goro, komm her! Das haben wir gehört! Das geht ab! Hilfe! Der Goro, da hab ich ihn! Bin stolz! Jaaaa! Dalu, ich hab dich nicht random gekillt! Ich hab gesehen, wie Ding jetzt irgendein Deta auf dich geschossen hat! Deswegen hab ich auf dich geschossen! Wannst du ja nicht! Ich hab den Goro gekillt! Doch, auf dich wurde geschossen oder du hast geschossen! Keiner, auf jeden Fall hab ich nur reagiert, weil auf dich oder andersrum geschossen wurde! Ich hab den Goro gekillt! Könnte ich! Ich hab den Goro gekillt! Ich hab ihn abgesnipert! Das stimmt! Wir haben beide auf ihn geschossen! Ich hab ihn abgesnipert! Das stimmt! Der stand hinter kaputt! Juli ist aufgeschossen! 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 Komm her und ich schieße! Ist das scheißegal! Ich kümmere mich drum! Erlis ist auch nicht! Erlis ist auch nicht! Okay! Seht weg! Maxi Mcduy verlassen wir den Tatort! Maxi Mcduy verlässt den Tatort! Ja! Mach das bitte! Nein! Aber warum nicht? Was bist du für ein Detektiv? Okay danke! Du musst recht! Ach das ist jetzt! Sie haben eine Taube bekommen! Cool! So! Wer will! Hallo! Danke Julia! Ich würde jetzt aber sagen wir sollen noch weg! Bittchen! Danke! Was ist mit Nephias? Juli ist doch ein Detektiv! Ja aber Erlis ist eine Taube! Was ist mit Nephias? Ja Erlis hat aber einen Traitor abgeschossen! Ich hab auch noch ein Ding mit aufgeschossen! Was ist denn mit Nephias? Hallo! Ja ich bin Inno! Hallo! Tatao! Ey ich hab mit Kapuze auf Goro aufgeschossen! Gesundheit! Ja Kapuze hat Goro gekillt! Wer ist Goro gekillt? Wer ist Goro gekillt? Also ich und wer noch? Ja du bist nicht safe und McFly ist nicht safe! Ja gut dann schieß ich McFly! Auf mich wird geschossen! Was? Nein 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 nein! Nephias will mich abschießen! Ist McFly der mit der Leiche gerade da oben? Ich war da mit der Leiche ja! Okay! Nephias wieder direkt vor dir unten Julia! Ich würde die Teufel... Julia direkt vor dir unten bis Nephias! Ich würde die Taube werfen! Direkt hier vorne unten! Nein! Nephi! Ich bin Inno! Nephi! Ich glaub ihm kein Wort! Du weißt es genau so gut! Wenn du da runter guckst hast Nephi! Ja wenn er zu zeigen würde würde ich das tun! Ich war das nicht! Hallo! Ich war das nicht! Das war grad Maxi! Das war early du Vogelkopf! Nephi war das! Nephi war das! Nephi war das! Das kann nicht Maxi! Das ging auf Maxi! Okay dann war's Nephi! Ich bin Inno! Irgendwer der hier drüben auf der Seite ist! Wo hast du die Taube her early? Die hab ich von Dalu oder von Grant! Die hab beide gekillt! Hier liegt ein Traitor! Yuli liegt hier! Hey! Wer ist safe und warum? Wir haben hier angeschossen! Kapuze! Kapuze ist safe! Ich hole ihn nicht! Keine Sorge Nick! Warte mal Duck! Du liebst auch noch! Ich lebe auch! Ich stand hinter dir und hab mit auf Guru geschossen! Aber Duck ist auch safe! Da unten? Da war doch Nephi als Letzter! Wer war's jetzt? Wer war's jetzt? Nephi natürlich! Nephi! 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 Ja wer hat jetzt Fisken-Verdacht ne? Gar keiner! Ich hab's dir letztlich gesagt! Hast du early testet oder mal was? Nix random! Er hat einfach geschossen! Er hat nicht mal gesehen wer auf was! Einfach rumgeballten! Red Red hat den umgepackt geschossen! Ich! Ich! Ob nicht fortgeschossen oder du hast geschossen! Ich habe nur auf dich geballert und geschossen! Ja und ich hätte ja auch auf Grant schießen können! Nein der war ja schon lange tot! Nein du hast! Du standst im Lüftungsschacht gegenüber bzw. bist gegenüber dem Dete geflogen! Und der Dete hat nichts gesagt! Nichts hat der Dete gesagt! Wer hat ihn grad verarscht? Nichts hat der Dete gesagt! Böse Detes! Er hat doch nicht! Der hat doch einfach geschossen! Deswegen hab ich nicht vergessen! Wäre doch schade wenn er am Anfang direkt ein Detektiv stirbt oder? Hallo! Ist Early Detektiv? Er hat mir recht schade gefunden! Es ist echt schade wenn ich hinterm Detektiv fähre und die Shotgun ziehe und dann... Aber Early erklär mir mal bitte deine Sch... Wer hat das auf mich geschossen? Erklär mir mal bitte deine Sch... Kundran! Ich hab ne Sniper und du hast es auf ihn geschossen! Kundran hat mir der Sniper auf ihn geschossen! Ah Feuer! Wer macht da Feuer? Aha! Ja! Feuer! Oh Gott! Ich hab aus der Sinne eine Granat in Tobias geworfen! Aus Versehen! Aus Versehen! Feufeu! 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 Ich hab dem Ranking gleich hochgestiegen. Jaaaaa! Soooo... Waatt? Wui! Grants hat was gemacht! Oh du da! Grants hat was gemacht! Ah! Kaputze! Komm mal rein ins Loch hier bin da! Ins Lochen. Ins Lochen. Nein, wenn ich sterbe. Von mir kam nur die Disco. Ich wehte. Oh, hier ist jemand gestorben. Hat jemand weh? Ey, Goro? Die Lache von Goro, ey. War das jetzt real shit? Oder war das nur mit Goro? Glaubst du es selbst nicht genau? Der Goro, der Goro, der Goro. Der Goro, der Goro. Der Goro, der Goro, der Goro. Lol, die Leiche. Sie hängt. Aber wie ist das grad passiert? Lobis hat mich angeschossen. Ich hab Lobis getötet. Die Leiche hat geschossen. Warum hat der Goro aufgehängt? Ey, Goro hat er grad wieder abgeknallt, oder? Hier, Tau, Tau ist hier am shoppen wieder. Hier, Bots da. Tau, Tau ist es. Der hat geschoppt. Was macht ihr hier in der Ecke? Oh, da kommt die Heilige von Danu. Smoke Grenades. Schnell versteckt euch da wieder drin. Ah. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Goro hat einfach abgeknallen. Wer ist da drin? Wer ist da drin? Wer ist da drin? Wer ist da drin? Geht da drin? Ja. Die Leiche ist irgendwie... Die Leiche ist weg. Jetzt müssen wir den Juli oder Dany sein. Wie würde das? Jetzt müssen wir den Juli oder Dussel sein. Die Leiche ist hier reingefallen. Was ist hier denn los? Ah, da ist ja jetzt die Leiche. Ah, hier ist jetzt die Leiche. Keine Ahnung was hier los ist. Hallo, Erli, Erli. Nein, 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 ich habe Angst. Hast du den anderen auch, Early? Warum ich? Ich habe noch nicht mal geschossen. Oh nein, ein klassischer Early. Nein, das hat einen Traitor. Habe ich doch gesagt, ich bin doch nicht bescheuert. Oh, oh. Ich habe dreimal nämlich geschreit. Ich habe immer nur Leute angeschossen und andere haben sie dann erschossen. Tauter, du hast eine Harpune im Rücken gehabt. Die sah sehr gut aus, die Harpune. Die Harpune ist super, Alter. Richtig gutes, Alter. Was hier? Ja, habe ich gemerkt. Aber ich wusste ja nicht, wenn ich Harpune auf Andermann jagge. Ne, viel wäre doch schade, wenn wir jetzt und andere runtergeschrubsen wirst von der Disco. Early is Fade, war. Wuii. Mann. Wollte aufs Auto springen, Mann. Wollte aufs Auto springen, Mann. So geht der Goro. Was wird hier rumgeworfen? Hast du ihn umgebracht? Grundran, warum guckst du mich so an? Tschuli! Verdient hätte er es. Warum denn? Weil du schon wieder den Fade hast. Ah! Oh Gott, das wäre runtergefallen. Max, wenn du mich weiterverfolgst, knall ich dich ab. Lauf ihm weiter hinterher weg, Fly. Lauf ihm weiter hinterher weg, Fly. Ja, ich wollte gerade sagen. Wenn er auf dich schießt, knall dir direkt ab, Herren. Vor er dich getötet hat. Alle wollen schon wieder random killen. Und auf Nephi hast du ihn? Ich habe einen Traitor an der Angel. Alter, was geht denn da? Was? Was? Hast du hier nicht gerade eng jemand runtergejumpert? Ja, ich bin aber, ich habe ja einen Flopper. Oh, okay. Ja, weil... Ich war schon versucht davor. Early shoppt! Leute! Early habt geschoppt! Ihr habt geschoppt! Ihr habt geschoppt! Leute, er hat geschoppt! Early war hier! Early war hier! Ihr seht alle hoch! Early ist es! Early ist es! Early ist es, Leute! Early und Kapuze! Wer ist der Fall? Jetzt hat Early... Lobios gut gemacht! Gut gemacht, Lobios! Lobios hat ihn gekillt! Oh, guck mal, Early war Traitor! Du wirst nur die ganzen Traitor-Leichen! Lobios hat ihn getötet! Silent Sniperino! Silent Sniperino! Was, Nephi ist das auch? The Silent Sniperino! Nephi ist protective! Der war hier bei mir! Gudran hat Silent Sniperino! Oh nein, ich hab ne Rifle! Tobios ist safe! Das war mal Fernseher! Aber hier wird gesniperd! Frenchy Beam, raus aus dem Lüftungsschacht! Wo ist der genau? Wo ist der? Exakt vorm Lüftungsschacht oben! Achso! Ich hab nen längeren Namen gesehen, der den gezündet hat! Oh, das kennt der! Dann kann das ja nur Kundran sein! Ja, aber der FC Barcelona auf Kaputenburg! Ich wollt grad sagen, der FC Barcelona, oder? Kundran war bei dir! Einer von den dreien! Kundran war direkt bei dir! Einer von den dreien! Ich kann nicht sagen, hab ich mal rum! Hier ist Nephi! Ihr Wovos! Das ist auch ne Rifle! Echt? Das ist es gar nicht! Hier, Kapuze! Disco Party! Oh nein! Du hast mich sogar gekillt, du Dreck! Ich komme, Kapuze! Achtung! Wo sind sie tot? Runtergefallen! Wen von den beiden wollen wir wieder haben? Wo ist denn Rally Boys Leiche? Ich bin ja fast eher für Dalu, ne? Aber Kapu, du bist immer auf Cover, wenn ihr wiederbelebt! Bleibt beide! Jetzt nicht! Jetzt nicht! Na gut, dann mach ich es jetzt mal, Außausweise! Das ist ein schwerer Fehler! Ich muss es verhindern! Ich muss es verhindern! Fisk! Fisk ist es! Armin, Vorsicht! Vorsicht, Potzi! Potzda, du hast gerade den Deter erschossen! Das war ich nicht! Nimm Ding! Nimm der da! Ja, das mach ich jetzt auch! War nicht sowieso einer mit langen Armen? Verdächtig? Potzda hat echt den Deter erschossen! Irgendwann hier drin! Da! Ja! Wusst ich doch! Wo ist er? Da drinnen! Im Schlang! Bei der Cola! Einer rechts, einer links! Der ist hier rechts in der Schublade! Von in der dunklen Ecke! Das stimmt! Der ist hier! Der ist direkt unter Nefios! Unter dir! Genau! Dann spielst du sogar so! Scheiße! Der Boy hat doch wieder den Fate! Kann doch nichts anderes! Das habe ich gehört! Und unten ist raus! Monopoly! Gut! Ja! Monopoly! Ja! Evil Fail! Du hast auf mich geschossen, Early! Du hast auf mich geschossen, Early! Du hast auf mich geschossen! Hast dich verpiss! Das Ding habe ich auf dich geballert! Ja! Und dann habe ich zu mir geschossen! Ich habe ihn! Das war so toll! Das war so toll! Das war so toll! Maxi! Warum? Im weiteren hättest du Nephi ja schon fast gekillt, wenn er jetzt keinen Flopper gehabt hätte! Aber Leute! Ich habe es gesagt! Das war einfach so klassisch! Das war einfach dieser typische Zeitpunkt! Das war zu klassisch! Das war zu klassisch! Maxi! Maxi wird der Traitor! Das ist der typische Zeitpunkt! Maxi zum Auslussfall gegeben! Alles klar! Alle auf den Dye! Ja! Betrayter geworden! Er hat es zugegeben! Geständnis zählt! Wir spenden! Kapuze hat keine Wasser! Auf ihn! Aus Ali! Wieso komme ich hier? Oh! Er hat eine Waffe! Nein! Ah! Julie, wie bist du hochgekommen? Ich keine Ahnung! Ich bin geflogen! Ja! So bin ich! Ja! Was? Zu verlochten gerade! Ja! Kuh dran! Was für eine Gradarte ist das? Wieder runter, Julie! Hier oben ist nichts! So ne Smog! Ja, vielleicht kommt noch was! Hi! Da kann ich nicht rein entscheiden! Was ist mit Erli? Du redest zu wenig! Sehr verdächtig! Erli hat ihn in der Hauptsache gebraten! Erli hat ihn in der Hauptsache gebraten! Erli frei zum Abschuss! Oh shit! Das war... Julie hat das gesagt! Erli ist frei! Lass mal es liegen! Weiß ich nicht! Erli ist frei! Erli shoppen! Was ist denn da los? Das war ich nicht! Du hast die ganze Zeit geworfen! Schossen Booter! Geschossen hab ich schon mal gar nicht! Die Schossen! Die Schossen! Achso mit den Granaten! Ja die sind wir alle entgegen geflogen! Ja das war doch nur Discos! Nein das war auch ne Plaske war auch noch dabei! Haha! Die Plasma war was! Achso! Vorsicht! 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 Da hinten ist Schigo! Wer? Wer war das hier vorne? Wer war das hier? Wer war das hier? Der Julia Westland! Der Julia Westland! Weiß ich nicht! Fisk ist ein Preis! Es war kein gefloog! Ey wer der im Regal ist! Hey! Ist der Fisk gelandet! Da! Schigo! Wo bist du? Fisk war innocent! Wo denn? Der Fisk war die zuweiter auf! Wo denn? Lobios! Was warst du? Nehm dir ist der Febbrecher! Disco auf ihn! Hey! Die ist runtergefallen! Lobi bist du zergiftet oder bist du einfach nur so grün? Der ist einfach nur die ganze Zeit grün! Ach ne, ich bin grün. Ach so. Ist der Hulk. Oh! Oh! McFly ist hier tot. Achtung! Ich Idiot! Oh! Ey! Ihr kriegt mich nicht echt unverwüstlich! Ich bin... Oh, Mann! Timo! 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 Was soll das hin, Mann? Gäh weg! Es ist mega! Da geht nochmal! Ich hab da ganz auf sich geschossen! Gramps, dieser Konferenz, Alter! Weil hier der Strahl gerade noch war, du Noob! Bleib mich, Udo! Ein Strahl! I'm out of 4! Uuuuuh! Einen Mitglied von G&G als Noob bezeichnet. Vorsicht! Friendship... Ich hab' nen Laser gesehen! Ich auch. Der ging wieder gegen mich. Der ging auf Kunden dran. Der ging auf Kunden dran. Auf mich auch, ich war doch da auch ne, was? Was, von dran ist doch Traitor! Können wir nicht. Dann ist es hier, Botsamona. Auf mich wird geschossen. Wo ist Goro? Oh Gott, Goro, komm! Schnell weg hier. Wieso hast du ein Ding? Du weißt ja nicht mal, was das ist. Ein Jetpack. Ja, bist du ruhig, ne? Bist du tot? Dagi ist es! Dagi wie? Hast du ihn? Ja. Da oben war ein Schuss. Das war hoffentlich vom Botsam. Ey, Kapuze, die identifizieren. Ja, dann könnte es ja nicht mehr sein, oder? Kunran war. Auf mich wird geschossen. Wenn ich deine Serbe, ist es Goro. Kunran und Tautau können sich duellieren. Irgendjemand wurde grad wiederbelebt. Ja, auf mich war der Friendship. Kunran und Tautau können sich duellieren. Kunran und Tautau können sich duellieren. Ja, dann schieß es doch mit dir. Dann schieß es auf Tautau. Wieso kann es denn Kapuze nicht sein? Nee, warum kann es Goro nicht sein? Weil ich genug sein bin. Ach so. Die Zeit, wo schön, nur altes Blöd. Wer ist denn jetzt tot? Das mit der Zeit, die Zeit vergeht. Ich glaube Kapuze ist es. Die Runde dauert nur 10 Minuten. Das kann ja nicht so lange sein. Ey, Tautau, Tautau noch leben. Soll ich den mal einfach abschießen? Mach mal. Alter. Ehrlich? Ich glaube es ist Kapuze. Im Wendt wurde grad jemand erschossen. Es ist Kapuzen Jones. Das ist das allerletzte. Da eben läuft. Bis zum nächsten Mal Leute. Tschau. 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 Tschau.